Und warum genau wollen die jetzt, dass alle zu Mutanten werden? Ist das nicht irgendwie so das Schlechtere von allem? Was ist denn hier los? So viel Rüstung wie hier rumliegt, ne? Ich hab da hinten einen gesehen. Ich kann die da so schlecht erkennen durch das komische Dampfgedöns, ne? Und dann halt auch noch die Schilde da. Ist nicht so einfach. Ich dachte hier, die Kiste ist so ein Schild. So schlecht kann ich das erkennen. Du brauchst ne Brille. Ach nen Scheiß brauch ich. Kommt doch noch von da. Ich bin da. Euer schlimmster Albtraum. Unter mein eigener Arm. Na, kommt da noch wer? Da steht nur einer. Nachfahren. Mist, Mist, Mist. Eigentlich hatte ich jetzt gerade überlegt, ne? Irgendwie da durchzurennen. Rüstung zu holen. Hat leider nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Warte, 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 warte. Oh shit. Wir sind direkt vor uns. Nein. Der Zünder steht auf 20 Minuten. Jetzt sehen sie zu, dass sie von dort verschwinden. 20 Minuten. Easy. So. Rüstung, 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 Rüstung. Da durch? Ne, sie will da durch. Okay. Erspeichert, Gott sei Dank. Wir haben Gesellschaft. Okay. Stehen bleiben. Du wirst dir noch wünschen, tot zu sein. Was kommt gleich? Wicky will tot, oder wat? So. Wir lang. Nimm dies! Mist, 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 Mist. Ich muss immer nachladen hier. Immer dann, wenn ich nachladen muss. Oder ganz oft. Dann sterbe ich. Siehste? Siehste? Na gut, ich bin auch direkt auf den Gegner zugerannt. Aber. Ich dachte, ich schaff's. Oh Gott, 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 oh Gott Shit, 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 shit. Was? Hat mich meine eigene Granate erlegt, oh, was? Boah. Ich liebe es. Ist alles okay? Was war das? Da. Jetzt sitzt er da. Zeigen Sie's denen. So. Nein, die sind tot. Immer noch. Tot ungleich gut. Was war das? Schnappt ihn. Oh, Mann. Berühmte letzte Worte. Oh, Mann. Alter, wie viele sind denn da noch? Ja, WikiWales Arsch waren. Jetzt ist die Granate irgendwo anders hingeflogen. Ich hasse es. Dreh dich doch mal um. So interessant bin ich nicht. Ich bin Let's Player. Nimm das. Boah. Okay. Sollen wir jetzt den Aufzug nehmen oder sollen wir jetzt hier lang? Hier lang kann ich nicht. Dann müssen wir den Aufzug nehmen. Was irgendwie schon fast offensichtlich war. So. Hallo. So. Jetzt. Ich brauche eine Heal. Hast du eine Heal? Natürlich nicht. So. Hm. Alter, habe ich mich erschreckt. Die haben es plötzlich so eilig. Weißt du, ich bin so dummgedacht. Das waren auch noch keine 20 Minuten. Jack, sehen Sie sich die Zukunft an. Die Natur hat versagt. Einfache Menschen wie Sie sind schon bald überflüssig. Ich habe tausende Jahre der Evolution in ein Reagenzglas gefüllt. Der Stärkste überlebt. Viel Glück. Danke. Hey, toll. Am besten haben Sie mir ein Gewehr runtergeschmissen. Yay. Was? Was ist geschehen? Wo, wo bin ich? Zehn Schuss. Ist ja nett. Ich habe gewartet, bis er nah genug ist. Oh Mann. Ich habe auch kein Fernglas mehr. Ich habe gar nichts mehr. Oh Mann. Na, ist ja toll. All der tolle Zeug, was ich mir alles eingesammelt hatte. Ist alles weg. Wozu habe ich die Schruppflin-Munition aufgehoben? Wo soll ich jetzt lang? Ich soll... Nein. Nein. Spielen. Nein, oder? Ja. Okay, gut. Ich sollte es. Ich muss hier irgendwie Munition kriegen. Der hat da natürlich nichts. Nee, wieso noch? Der hat ne Waffe. Gib mir deine Waffe. Ah, kacke. Ja. Ja, das wird ja super. Das wird ja richtig knorkel. Oh Mann. Oh Mann. Mit so wenig Schuss, ne? Richtiges Survival-Feeling hier. Ich habe keine Ahnung, wo lang, ne? Irgendwo stampft hier so ein Dickerchen. Wir haben auch keine Munition dabei hier, die Heckenpenner hier. Aber da liegt ne Waffe. Mhm. Leider sehe ich das zu spät. Ich muss wahrscheinlich von Leiche zu Leiche hechten. Sonst wird das nix. Was ist geschehen? Wo bin ich? Das Problem ist, dass halt auf dem Weg dahin, wenn bereits halt relativ viele Gegner sind, die mir mit dem Weg stehen, und ich eigentlich gar nicht die Munition habe, mich gegen all die zu wehren. Wie zum Beispiel. Ja, hier. Ja, siehst du? Und schon leer und ein Hit und ich bin tot. Wow. Hammer. Da fängt er gut an. Und schon leer. Hey. 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 Ich glaube, sobald man hier irgendwie den Anfang durch hat und ein bisschen Munition hat, dann sieht es anders aus. Kommen sie nicht hin. Was soll denn der Scheiß? Ah. Gibt auch hier oben wirklich nix weiter an Munition, ne? So ein mystiges Mistding. Wir haben halt ungefähr da ne Leiche, wir haben ungefähr da ne Leiche und wir haben ungefähr da hinten ne Leiche. Nur auf dem Weg dahin haben wir halt immer 53 Viechers. Und da hinten muss ich wahrscheinlich im Endeffekt hin. Doch wie? Ich meine, ich kann mich, sobald ich unten bin, kaum wehren. Mit drei Schuss komme ich nicht weit. Ist so. Ja. Kommen sie nicht weit. Wie soll das gehen? Dann frage ich mich. Alternative wäre, ihn hier am Leben lassen. Nur das ist halt auch eher so ein Glücksspiel, ne? Ich muss hier irgendwie rauskommen. Ja. War ne gute Idee. Ey, was ist das für'n Scheiß? Ganz ehrlich, da schaffst du es gerade so zur Waffe zu kommen. Was? Was ist geschehen? Wo, wo bin ich? Also Waffe sollte ich auch mitnehmen, ne? Wo bin ich, wo bin ich? So war es dir? Was ist das, was ist das?